Und damit recht herzlich willkommen zu Alien Isolation. Wir müssen zum Server-Hub. Und... Das Alien ist wieder da. Wo ist es? Für mich ist auf jeden Fall hierhin. So, und dann haben wir... Ach ne, das ist ja nur die Erdgeschoss. Das heißt, wir können jetzt nicht an links oder rechts. Hier raus, hier rum und da rein. Ich raste aus. Wir müssen da erst den scheiß Knopf drücken. Ja, ja, ist okay. Bring mich ruhig um. Wir haben ja erst gespeichert. So. 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 Jetzt. So. So, so rechts Jetzt die Frage. Was ist das Elen? Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Das war doch die letzten Male nicht so schwer in den scheiß Raum reinzukommen. Oder in das Treppenhaus eher gesagt. Unidentifizierte Spezies. Okay es kommt also wieder. Ah. Wir behalten die Taten. Was ist hier los? Unidentifizierte Spezies. Ja ja. Schön schön. Kann doch nie wahr sein ey. 84. Das stimmt doch niemals. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ja fein danke. Wenn der scheiß Roboter da einfach mal abhauen könnte. So weiß ich auch gar nicht wo das eine ist. Da oben ist es okay. Das kommt jetzt hier. 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 Nein. Jetzt nicht danke. Okay. Tschüss. Was kann ich heute für Sie tun? Nicht so viele Rumladen, mir helfen, wie soll ich denn? So. Sperren Sie Treppenhaus ab. Regeln Sie den Korridor des Wartungszugangs ab. Regeln Sie oder regeln Sie den Korridor des Vorratsspeichers ab. Schließen Sie alle Fluchtwege auf dem Weg zur Serverfarm. Ähm. Ehe Sie die Kreatur dort einschließen. Die bekackte Frage. Wie soll ich denn hier, wie soll ich denn die Türen hier schließen? Zu Angst, wenn ich jetzt zu der Türe... Oh, hier sind ja verfickt. Interessant ist das Alien. Kann ich das Ding irgendwie absperren? Tschüssi. Was? Pistole? Gerne. Schrott ist voll. Ah Mist, ey. Ich hab halt so... Ich hab halt so... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie ich das... Oh, hier liegt noch einer. Gut, danke. Kann ich nichts mitnehmen. Okay. Oh, hier. Ich hab das Ding. Oh, hier liegt... Oh, hier liegt auch... Oh, hier liegt nicht die untere Wachen. Hier ist doch... L... Keine Ahnung, wie ich was abschließen soll. Das war noch eine Karte. Dann lasst wir gehen nochmal schnell herunter. Hier unten dürfte das Alien hoffentlich nicht runterkommen. Dann kommen wir uns mal schnell die Karte an. Der hat mir ja voll viel gebracht, die Karte. Jetzt sehe ich hier nur das scheiß Treppenhaus. Toll, aber... Wie soll ich das absperren, ey? Ich habe keine Ahnung. Du Arschgeiber. Okay. 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 Taxi-Board, wie kann ich das? Ach, verfluchtes Alien, ey. Da oben ist ein Lüftungsschacht. Einmal schnell Taschenlampe nachgeladen. Sieht gut aus, sieht gut aus und zweimal Elektroschock. Wenn das jetzt der Scheiß-Androide ist, dann flippe ich zu Hause. Safe ist das, der Androide. Ah, Harry, ey. Ey, ich hab doch keine Ahnung, wo ich jetzt... Hier ist ein Punkt, da vorne ist ein Punkt. Ey, ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll, ne? Also, jetzt echt. Oh, ich sperren sie das Treppenhaus ab. Ja, ich weiß nur, wie denn? Toll, jetzt hab ich wieder zwei Punkte auf der Karte. Einer davon ist das Fake-Alien, der andere ist der Androide. Okay, das ist das Alien. Ich denke mal, wir müssen bitte... hoch... hoch... hoch zu drüben. hoch zu drüben. Tony? Einer davon ist das Totalmaterial. Wartungszugang Security, das klingt mir nach, ich kann was absperren. Natürlich skippt das hier. Hey, wo ist das von Beidem? Hebel benutzen? Oh, guck. Ach. Das sieht das nur so aus, als ob da was ist. Oh, jetzt hab ich mich erschreckt ey. Oh, Alter. Oh, Junge, 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 Junge. Ja, jetzt bin ich tot, toll. Ah, Alien. Meine Güte ey. Zum Kotzen. Echt zum Kotzen mit dem Ding. Wir können jetzt doch probieren schnell den Flamme einfach rausholen und gucken ob es irgendwas bringt. Och. Oh, schau mal. Ah, 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 ah. Oh, Alter, ich bin jetzt grad richtig am Zittern. Das hab ich bei dem Spiel glaub ich lange nicht mehr gehabt ey. Puh. Alter, das hat mich jetzt gekriegt. Das hat mich jetzt echt gekriegt. Scheiß die Wand an ey. Oh. Das hat mich jetzt gekriegt ey. Ah, 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 ah. Was ist denn jetzt los ey? Oh. 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 Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab ey? Alter. Oh. Ey, die ganze Zeit keine Spur von dem Kack, fielen jetzt zweimal in Folge ey. Ich weiß genau das ab. Alter... Alter... Puh, die Folge, die hat mich jetzt echt gecatcht, ey. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge mit hoffentlich weniger Alien-Action, bis man sich jetzt beruhiger wird, auch für meine Nerven, ey. Bis zur nächsten Folge, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017